Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Raft. So, ich hätte ja letztens, oder ich habe letztens mit euch, das hier noch fertig gebaut. Das würde heißen, wir könnten jetzt versuchen, da drinnen Zeug anzubauen. Jetzt holen wir mal alles, was mit Anbau zu tun hat, darüber. Rüber. Haben wir schon, gell? Okay, haben wir wirklich schon. Da oben hat man auch nichts mehr. Danke für deine Eier. Braucht frisches Wasser, ich fürchte, dass es nicht mehr im Radius benötigt. Wasser, ja, bald. Ist es kaputt, oder? So, ich sehe es wieder. Ich sehe es wieder, gut. Jetzt ist drei Reihen nach vorne. Sonst muss ich hier dann noch eine hinsetzen. Da haben wir noch ein paar Batterien. Stimmt, weil die konnte man ja früher noch nicht aufladen. Die musste man, da konnte man ja wegschmeißen. Leider habe ich das auch gemacht. Ich habe sie alle weggeschmissen. Jetzt im Nachhinein ganz schön doof. Ach. Ah ja. Ah ja. Ähm. Brauchen wir die für irgendwas? Hm. Wie schaut es hier aus? Wir haben hier Sand Oh, hier hätten wir was Wir brauchen mehr Metallerds Ah, dafür sind wir leider auf der falschen Insel gelandet So Gut, jetzt wird es gerade Nacht Das heißt, wir werden jetzt erstmal pennen Und wir wollten da drüben anbauen Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach ein paar Palmsamen Da haben wir nicht viele Davon nehme ich mir was mit Keine Ahnung, da nehme ich mal schwarz mit So Wasser muss ich mir auch noch holen Wasser Einmal, zweimal, dreimal Was können wir was da drinnen Okay Licht könnte man natürlich dann auch noch reingeben Aber egal So Ich bin jetzt nur mal neugierig So Hier 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 Und hier Gut, ihr braucht alle Wasser Gut, das hätten wir Bessern, messern Ne, ich muss den Rest noch in irgendeiner Kiste stecken haben Aber egal Das wird jetzt mal reichen Zum Testen Und da Genau Bessern, messern Und zumachen So Nach rein da Komm her Komm her, mein Bruce Oh, da haben wir noch ein Holz Okay Da hat man schon wieder was wegpischen Da gab er halt bloß Immer diese hungrigen Haier So So Jetzt bin ich mal gespannt Ob das da drinnen überlebt Und wenn ja Dann könnte man hier Oh boah Aber erstmal schauen Ob das funktioniert So Ist das Fleisch fertig? Ja Okay Gleich da rein Was da rein Noch ein Wasser Für die armen Tierchen Gut 1,2 Was sagt die Batterie? Die sagt Das geht noch Passt Und das geht nimmer Das heißt Was bräuchte man denn Für einen Sprinkler Sprinkler Das geht noch nicht schön Inher Das geht noch nicht schön Inher Das geht noch nicht schön Inher Ja, ja, wir trinken gleich. So. Genau, bis zum Melken braucht man sowas. Aber wir haben noch nichts zum Melken. Kringerreiniger, Grillstopp. Fragen wir auf welche Sprünge. Ja, da ist er doch. Zwei Bolzen, eine Leiterplatte. Das müssten wir alles haben. Bolzen, Leiterplatte, Schrott und Kunststoff. Wenn der Schrott noch reicht, dann haben wir jetzt einen neuen Sprinkler. Dann brauchen wir jetzt sogar Wasser. Sehr gut. Die Batterie haben wir eh noch oben. Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir da schon Batterie jetzt reinlegen sollten. Hm. Was stimmt, da hat man jetzt so ein... Hm. Moment, ich habe doch eine Heuerung gebraucht. Ich tue nur eins, aber zum Testen. Was kann man mit den Ruhren da jetzt? Hm. Also zumindest könnte man theoretisch hier was anschließen. Ich tue das Rohr mal rein. Da war der zweite Sprinkler. Der sollte theoretischerweise hier stehen. Da ist noch voll. Ich glaube, was kostet denn eine Batterie? Warte mal. Kupfer-Kunststoff-Schrot. Okay, das ist jetzt nicht so schrott. Ihr solltet auf jeden Fall glücklich werden, warum. So. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen davon, habe ich gesehen. Was war hierfür? Da brauchen wir kein Holz, immerhin. So, Eier haben wir noch im Inventar. Aber schon langsam komme ich zumindest wieder ungefähr rein. Habe ich alles mit? Denke ich schon. Hm? Eine ganz friedliche Insel? Ah ja, da unten ist das Wort so schön. Ganz friedliche Insel, genau. Da ist ja nie ein Vogel. Ja, Vogel? Immer gleich oben, aber die Frage ist, was machen wir da oben? Wo ist das Seilwerfer? Ähm, 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 äh. Auah. Ähm, 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 ähm. Was? Mango konnte man nicht mehr aufnehmen. Den Fischentsatz habe ich wahrscheinlich. Englisch? Ähm, 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 ähm. erst mal gehen wir noch darauf der Vogel ist echt nervig Metall bauen Holzen und Glas Wichtiger Mangos Gut, hier liegt nichts, also nochmal alles aufnehmen können So So, Dankeschön, wir gehen nach unten Jetzt haben wir auch wieder Milch Lass mich in ruhen, Nervvogel Lass mich meine Milch nach Hause bringen Ich glaube, ich bin hier falsch Ich glaube, ich bin hier ziemlich falsch Das kann ich wahrscheinlich jetzt nicht nehmen Doch, kann ich Halt Donne Nerv Fogel Und jetzt muss ich mal Schiff finden Schiff? Ich weiß es Sehr gut, die Palmen sind gewachsen Ich kann jetzt nicht, Bruce, ich komme gleich War doch gerade noch ein, äh, achso, ich könnte eins nehmen So, jetzt haben wir zumindest wieder alles Torniere, Metallbolzen, davon nochmal Glas Hier Bieren Eierweiz oben Das wollten wir schon nochmal haben Ah ja, haben wir schon Ananas Ananas Oben drüber kommen die Kokosnüsse Da kommen die Nieder Und Blätter Wunderbar Da Läck das ein Gut Gut, ihr habt jetzt da ein bisschen mehr Grün So, für dich Du brauchst einen Eimer Du brauchst eine Schere Haben wir noch einen Eimer Eimer Und Und Hier haben wir die Und da sind übrigens die Fehler Und Dankeschön Und Dankeschön Dankeschön Sechs Das heißt, jetzt könnte ich doch endlich mal Tschüss wieder ein rucksack na endlich so das klappt, die Milch die komme ich jetzt erstmal auch da rein die Eier kommen auch da rein dann hat man hier Fleisch kommt hier rein so, das Lieder kommt wieder da rein wir haben 13 Bienen wir brauchen glaube ich 15 ja so, jetzt können wir uns mal anschauen ob das da drüben was geworden ist und es schaut so aus es würden Vögel hier nicht stören sieht gut aus alles da ok das heißt wir könnten hier noch die anderen anbauen also 1 und 2 3 4 und 5 haben wir irgendwelche Samen jetzt rausgekriegt haben wir noch was rausgekriegt einen davon einen davon ok ok immer noch das ich denke wir könnten dann wirklich wieder nach unten umziehen und für die Viechers tja da rüber haben wir dich schon wieder Schierenalpaken ne noch nicht Tja die so war noch was auf der Insel ein Warzenschwein habe ich gesehen gehabt den brauchen wir jetzt erstmal nicht Mann, 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 Mann wir brauchen eine Insel zum Tauchen jetzt endlich die Bombe Schott ähm wir könnten natürlich auch mal schauen oh Moment da ist was wir könnten wirklich tauchen gehen hier damit hätte ich jetzt nicht gerechnet das heißt wir haben ja einen High-Köder den könnten wir tatsächlich auch hier verwenden brauchen wir alles dort nicht die Schaufel und die Achse logischerweise auch nicht den Bogen vielleicht schon und die brauchen wir halt und da hatten wir den High-Köder aber zuerst einmal eine Runde schlafen so So, Herr Köder, Moment, brauche ich noch einen schönen Tag, wenn ich nicht sage mal Tschüss, Trond, Papa.